Vizepräsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann Vielen Dank. Reaktion Die Leute sind frei. Siehst du das? Guck mal. Ja, das ist schlecht. Oh, siehst du. Die letzten drei Sekunden. Was? ... ... ... ... ... ... ... Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der LINKEN